Wir wollen einfach nur schnell zum Ziel kommen. Bestes Beispiel Fast Food, McDonalds. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich glaube Apple, die haben einen super Kundenservice. Du kriegst halt sofort ein neues iPhone, wenn irgendwas nicht stimmt, eine Kleinigkeit, sofort ein neues iPhone. Oder ich glaube bei BMW ist es genauso, wenn irgendwas mit deinem Auto nicht stimmt, sofort Sixt. Ja, Sixt ist zum Beispiel auch Kundenservice. Top. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Man hat es gesehen, in der Krise ist die Sixt-Aktie runtergegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, auf 40 Euro irgendwas. Die sind auf 120 Euro innerhalb von 12 Monaten wieder gestiegen. Nicht jede Krisenaktie hat diesen Turnaround hingelegt, aber Sixt hat es geschafft. Man muss bedenken, bei Sixt ging gar nichts mehr. Also ich meine, Sixt lebt vom Tourismus aufgrund des Kundenservices. Und noch ein paar anderen Dinge, die sind innovativ, kreativ mit ihren Modellen und so weiter. Aber Kundenservice ist ganz, ganz wichtig. Musik 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 Musik